oder komplett überfordert schick mal ein dollar ja ist gekommen nein warte warte ich muss mein schick die einparken momentan nicht hat nur froh dass meine ganzen outs wieder da sind alles oh mein gott ich ich wäre so am arsch gewesen hilfe digga ja ja darum ging es mir nur die autos wäre mir scheißegal gewesen hätte ich neu gekauft aber die sachen die er hat die sachen in den autos digga das war das was mich der jäger mich das getriggert alter ich wusste das gar nicht ich werde verlassen alter late night schiss benachrichtigung klappe kostet doch da eine million ich wollte sagen der jahre geboren schotte ich möchte nein das ist der gold der gibt one shot mama klappt verkaufte den revolver oder wer bist du rl bitte 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 lasst treffen oder sagt mir wer du bist ich muss das sehen brauche der das triggert mich so krass dass ich einfach nicht weiß wer der junge ist auf ernst dicke verkauft ihr ich höre das triggert mich voll mein gott jetzt habe ich spotify geöffnet die ganzen schmutzige vor komisch digga dass ich auf einmal dass ich das auf einmal öffnen kann alles dass das gegen die ganze zeit nicht und auf einmal geht das sogar noch einmal gucken ob das geht das geht natürlich komme ich in kommt ich der würde mir schmecken oder mir würde erstmal schmecken wenn ich weiß wer du bist digga das ist das mit mir erstmal schmecken ich habe das gehabt ich sehe Ontario habe deine Oh nein, Digga. Oh, Digga. Nee, Digga. Piss, ich geh da nicht hin, Digga. Vielleicht triffst du mich heute, deshalb ist langweilig zu wenig Gambo. Ja, Bruder, muss ja jeder selber für sich wissen, ne? Ich find's ganz entspannt hier, Bro. Ja, ey, wer bist du denn, ey? Niklas hat die Fresse, Niklas hat die Fresse, Niklas. Oh, Jolina, oh, nee, nee. Oh, nee, Digga. Sehr gay. Sehr gay, du Schwanz. Rede nicht. Rede nicht. Marco, du Schwanz. Digga, wer will mit dir reden? Wer will mit dir reden? Ja, ich merk's schon. Das ist Karma, Digga, weil du gestern einfach durchgezogen bist, ohne was zu sagen, Digga. Red ich einen Tag nicht mehr mit dir. Hä? Hä? Wir chillen da gestern, Digga, sind alle am reden, Digga, auf einmal, du ziehst einfach durch, Digga, ohne was zu sagen. Muss ich immer Bescheid sagen, wenn ich... Hä, wir sind wegen dir sind wir da hingegangen. Ja, dann waren die Sachen geklärt und ihr habt noch so gequatscht. Was? Warte, die Tür zu, Digga. Oh, warte, 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 was du weg, Digga? Schp, durchgezogen. Durchgezogen. Ja, dann alles regnuriert mich, wenn ihr wollt. Ich hab schon den ganzen Tag schlechte Laune, weil alles scheiße ist. Was hast du denn für Sorgen, Mensch? Hör auf, Digga, die Leute in die Matrix zu schmeißen, Digga. Ich schwöre ich... Hey Marco, du würdest doch nicht mit mir reden heute. Ich bin voll schon gefickt, Digga. Digga, weißt du, wo ich war, Junge? Ich war am Arsch der Welt, Digga. Ich muss 20 Minuten zu Fuß laufen, Digga. Schnauze. Schnauze dahin. Schnauze. Erzähl, was los? Du würdest doch nicht mit mir reden. Ach, Digga, oder nicht? Einer vom Wu-Tang, der Geld hat, die Nummer anrufen. Was? Oh Mann, Marco. Schnauze. Schnauze. Wir waren doch kleine Worte, dass du mich heute den ganzen Tag nennen willst. Ich glaub, ich nehme heute tatsächlich wirklich viel persönlich. Schnauze. Ich war schon scheiße. Und ich hab'n Baserate meiner schlechten Laune. Schnauze. Okay. Was hast du gesagt? Ich hab'n vorhin nicht zugehört. Meine Mama hat mich gebaseradet. Hä? 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 Er hat gesagt Schnauze. Hä? Zu wem? Stagy, hast du auch gehört? Ich hab nur gesagt, er hat Facebook mit seiner Mutter bekommen. Ja, hat er gehört. Er hat gesagt Schnauze. Wieso, ne, keine Ahnung. Ja, du. Schmuzi. Ja, erzähl mal jetzt. Ja, Digga, Kindergartenhaus. Ah, woke up. Was denn? Ja, Digga, heute mein Tag kommt jetzt stressig, ja. Mein Freund zickt jetzt rum, weil er nicht durchkam, dass ich gesagt hab, dass ich noch mal kurz was klären bin, Digga. Zickt er jetzt rum, Alter, und es pisst auf mich. Was, was? Obwohl er der eigentlich ist, der ständig auf den Call geht und einfach nur schreibt, bin gleich wieder da, ohne irgendwas zu sagen. Ey, guck, genau das ist das Problem bei einer Fairbeziehung. Aber ja, ich mach alles falsch, so wie bei allem. Guck, wer das keine Fairbeziehung, kannst du einfach hingehen und aufs Maul holen. So, ich will es nachher auch mit meinen Eltern diskutieren, dass die mir den PC kaufen, den ich gestern mit, äh, Dings zusammengestellt habe, mit Matik. Fertig. Was hast du dir denn zusammengestellt? Ja, nen EC, mit dem ich wahrscheinlich an die 140 FPS habe. Also, relativ günstig. Was hat da drin? Äh, also, meinst du jetzt Grafikkarte? Alles, lest mal vor. Also, ja, dann muss ich kurz über PC öffnen, warte. Also, insgesamt, da ist jetzt zwar keine Grafikkarte drin, die bestellen wir extern und bauen die dann noch mit ein. Äh, also, er hilft mir dann dabei. Er sagt dann, was ich machen muss, aber was ich mich benannt. Äh, insgesamt kostet das irgendwie 1.135 Euro. Wie viel? 1.135. Hä? Insgesamt. Er kommt drauf an, was drin ist. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ey, Dings, Marco, sag mal bitte, sag mal bitte, braucht mal das Angegang, wenn einer kommt. Ich mach schon mal kurz noch was zu essen. Wala, ich hab Hunger. Ich hab heute den ganzen Tag nichts gegessen, Alter. Den ganzen Tag hab ich nichts gegessen. Geste Laune macht irgendwann mal Hunger. Wala, mein Gott, ich bin gleich wieder da. Ja, ey, sag mal wer du bist, Bro. Ich wills wissen. I woke up in my new bucane 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 wie wir haben was sind arm die raisin oder intel mainboard ist auf die 660 usd 4 inter wie 660 grafikkarte wird extra bestätigen schutzfragen grafikkarte ist die force rtx 360 ventus 3 xoc retail 12 gb arbeitsspeicher 32 gb r4 3000 korsier nein nicht dass das wird danach und nach dem wort sprechen kann lpx 3 x 16 gigabyte post post ssd ist ein terabyte corsair mp600 core xt pc le 4.0 bis zu 5000 megabyte lesen am netzteil 450 mifcom performance m1 b und soundkarte ist hd audio an bord aber deine grafikkarte hat ja auch noch ich welche grafikkarte ich habe nein was meine grafikkarte ist gut sie ist ja sie hat ja auch drinnen grafikkarte geht fit 360 reicht 30 60 reicht vollkommen der du kriegst 3 60 auf ebay klärzein kriegst du die schon reich doch aber das ding ist okay schmutz die ich vor grad sagen die ich zog auf wenig fps aber ich habe einfach konstant 200 schließt sich das jetzt nicht hier und wir konnten da angefangen tröte hier und warum willst du was ist warum hast du jetzt noch schlechte laune warum hast du jetzt so schlechte laune weil der gesamte tag scheiße ist das war's dann wohl mit der ruhe lefantenjagdverein tötet was trötet was kann ich für sie tun das ist genau so geklaut genau so geklaut ja beruhig dich hab's gesehen nein ich beruhig mich nicht immer diese fanposts die anrufen müssen digga ich geh mich auf den sack erst mal wieder plüten muss rein digga es tut mir doch so leiiiit die lefantenjagdverein tötet was trötet was geht wie sie tut ja man halt scheiße aus deinem jungen scheiße aus ja digga nee zeig mal deine nummer obwohl nee zeig mal deine glückszahl ich geh mal die scheiße aus digga dann stehst du dich ab man ich hör doch nix drei acht neun ah digga mitschulden digga verdammte scheiße hier digga sege digga er sagt 2k digga 2k ja einfach hops genommen worden digga mir war das so klar dass die der patient nix nix das war ne wette zwischen uns nix 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 Er sagt scheiße auf der route nicht abspielen nä für dich für dich anders tun aber Jelina war das schon für den Basel der weißer Digga ich glaube die muss mal wieder ein paar von der Riening schmeißen hey digga also das ist echt bodenlos digga hör mal auf damit digga so nervig digga ist doch quatsch mit soße was du da machst für dich würde ich alles tun dass du mir verzeihst ja das passt nicht rein das ist schon bei mir so drin digga ehrlich warum weil ich mich die ganze zeit auf der arbeit zurückhalten muss weil mein job so wie es ist ne stell dir mal vor marco als bestatter hält eine trauerrede digga weil er fängt an und wir haben uns hier versammelt um uns von dem und dem zu verabschieden digga er war ein wundervoller mensch digga doch leider wurde er schon sehr gut aus dem leben gerissen digga digga du bist ja auch aus dem leben gerissen ich mach das nicht mal mit absicht weißt du das ist einfach so ich sag das auch nicht immer also das kommt kommt immer darauf an da passt das nicht rein digga das passt um bestimmten sachen weißt du was ich mein digga nein digga das passt doch nicht ich schwöre ich bin ein hund wenn bei uns jemand nicht so redet ey jeder redet so das ist das ding wo denn hier bei uns digga digga ach schmutz digga aber bei uns in hamburg ist das aber auch so digga digga jetzt stell dir mal vor du bist auf ne beerdigung und dann redet einer so jo wir haben uns hier ans strand haben wir uns getroffen jetzt hier ne hier weil er von uns zu uns gegangen ist er ist über die relin gefaulen jetzt stell dir mal vor digga dieser mensch kann in seinem leben keine makrelen mehr fangen ne keine minimale snowbank hier das geht leider nicht mehr digga was ist eine snowbank digga das ist eine sandbank digga ach so gehst du das ding nein noch nie gehört ey das hört mich irgendwie voll an ey eine frau die essen kann digga da geht mir schon einer ab ich will gar nicht sehen wie sie aussieht ey ich will gar nicht sehen wie sie aussieht ey sie ist bestimmt Spaghetti digga sie ist bestimmt Spaghetti digga nom 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 Junge ja knuspert hier oben Junge Arsch mehr oder was not W- also was Arsch am Meer Arsch am Meer Das habe ich auch heute gehabe nomm numa num 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 nomm num Nomm num 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 Kri ähm mein Vogel ey saßh nicht ganz nomm Weisst du warum sie das Rome Digga Deswegen macht sie das Sie hat den Mund immer voll. Er sagt GIGA! Digga, was ist los? Ja nix! Was ist los? Ist ja heute auch eine Gestalt für dich hier. Feneranz ist ja ja nix. Halt's Mau, Junge. Mauer hat kein Auge. Marco ist einfach Knusperflocke geworden, ja. Marco ist einfach Knusperflocke geworden. Ich hab den Schrank von seiner Mom geklaut. Von deiner Mom, Digga. Nee, die hat keinen Schrank, ey. Ach so, Digga, ist mein Pommes heißen, Digga. Ja, Marco und du bist einfach wirklich jetzt bei jedem zweiten Wort, Digga, Alter. Ich weiß. Das wollen abtören auf Mädels, ey. Aber ist mir scheißegal. Digga. Wenn sie mich nicht... Wenn sie mich nicht will, Digga, hat's Pech gehabt. Weißt du was noch mehr Abstander ist? Wenn Frauen so reden. Mhm. Digga, absolut. Ja man, das stimmt echt. Hallo, können wir noch Hoffnung, Digga zu sagen? Das ist genauso, wie wenn Mädchen sich so aneignen, irgendwie so Walla oder so zu sagen, Digga. Ja man, Walla, ich schwöre, ich küsse doch dein Herz. Ich krieg Riese, Digga, ehrlich. Ich habe Hoffbefehl, Digga, meine Schwester, ewa. Weißt du, wenn die dann so sagen, Walla, ich schwöre, Bruder. So, weißt du, Digga, dann denk ich mir so, Digga, geh einfach deinen Weg. Ehrlich, geh, geh, geh einfach deinen Weg. Gott geht mit dir, Digga, aber lass mich. Ja. Julina, hör mal auf mit der Scheiße, Digga. Ich will mich immer unterhalten hier, Digga, und sie machen nämlich Faxen. Abfahrt. Tschüss. Wie? Hä? Wo ist sie denn? Hast du sie jetzt? Ich hoffe, einer von euch stirbt, Digga. Wenn Maddy kommt, ich schwöre, ich schick den weg. Junge, hol mich hoch. Nein, sorry, 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 sorry. Boah, nee, ich schwöre, ich muss... Hä? Digga, ich rede doch mit dem, ja? Digga, so Quatsch, was sie macht, Digga. Mal auf damit, Digga. Ja, Digga, keine Ahnung wo der ist. Ja, Digga, Digga, was Digga? Ich bin mit dem... Ich bin mit dem... Ich bin mit dem... Ich bin mit dem... Digga, ich schmeiß den einfach runter. Ich habe das Gefühl, dass, äh, links, äh, tot ist. Oh, Schmutz, Digga. Wer ruft mich denn hier an? Hallo? Digga, das ist doch nicht witzig, oder? Ja, ist doch nicht, Digga. Ich habe auch gesagt, Digga, vorunötig. Weißt du, wo ich hier hochgekommen bin? Hier unten am Strand, Digga. Ey, wer hat Nate runtergeschmissen? Du fährst jetzt los, holst Nate, Digga, der ist am Strand, Digga. Was? Hä, ich kann gar nicht... Hä? Wie, der ist am Strand? Welche Koordinaten bist du? Äh, 10,72. 10,72 könnte Nate abholen, wer auch immer ihn runtergeschmissen hat. Korrekt, danke, ne? Ja, auch kein Ding. Sie wollten mich holen, aber hat ihn gefahren. Was ist das? Bruder, das ist voll unnötig, Digga. Hört auf mit der Scheiße, Mann. Wo ist der? 10,72. Sag ihm, ich komme. Digga, tschüch, Alter. Ös. Oh, Mann, nee. Hey, Hände hoch. Digga, bist du geistig gestört oder so? Ich muss doch irgendwo durch. Ach so. Meine Fresse, Digga. Äh, ich kann jetzt grad nicht, ich suche grad was. Autisten, Alter. Weißt du mich? Ja, ich hör dich. Nimm ihn mal nochmal auf dem Arm. Ähm. Wo finde ich das mit diesen, ähm, ähm, Dings hier, die Sprachweite und so. Was? Wegen Sprachweite, ich weiß nicht, das ist alles wieder normal wie vorher. Sprachreichweite? Ja, ja. Wo steht das? Äh, bei Tastaturbelegung. Bei Toggle-Voice-Range. Ja, genau. Toggle-Voice-Range. Komisch. Weil das alles irgendwie wieder zurück ist. Irgendwie alles wieder normal. Hm, komisch. Weil ich guck mal, ob Funktion. Ja. Endlich. Warum soll ich jetzt meine Hände hoch machen? Äh, war Spaß, Mann. Okay, okay, okay. Jetzt war auch nicht Spaß, wo ich gesagt hat, der einer hat seine Tage auf dem Kopf. Weißt du, was er mit mir gemacht hat? Mhm. Er hat mich, äh, umgeschlagen. Und ich, ach, ich war auch mächtig. Digga. Ja, ich bin kampfunfähig. Komisch. Immer noch. Ey, Barisch. Ja, ich muss das alles noch machen, warte. Barisch. Ja. Ich schwöre, ich sag dir jetzt, auf Ernst, Bruder, der Nächste, der mich in die Matrix schmeißt, Digga, ich stech den einfach ab, ne? Mir scheißegal, ob das einer von uns ist oder nicht. Ich bin auch so, Digga. Ja, Bruder, kein Bock mehr auf die Scheiße. Jedes Mal werd ich in die Matrix geschmissen, Digga. Von wem denn? Ja, Bruder, Julina hat Nate in die Matrix geschmissen, Digga. Der ist einfach komplett am Arsch der Welt wieder gespawnt. Ja, stark. Ja, Bruder, voll unnötig. Jungs, ihr seid die Lieder schaffen, ne? Ihr könnt Sanktionen machen. Bruder, ich stech den einfach ab. Ich schwöre auf alles. Ich sag dir so, wie es ist, Digga. Ist mir egal, ob das Julina ist oder nicht, Digga. Ey, das geht mir voll auf den Sack, Digga. Ja, jedes Mal in die Matrix schmeißen, Digga. Ist auch unnötig. Wo ist noch der Rest, Digga? Keine Ahnung. Diesen GW oder sowas. Keine Ahnung. Wo die wollten GW machen. Ich bin um 19.50 Uhr, also 19.49 Uhr kurz weg. Und dann komm ich irgendwann wieder. Ja. Ja. Ist bei den City, ne? Aber bei der Sprechung bin ich auf jeden Fall. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Hier hinter mir. Ich weiß. Ich weiß. Ja. Startgup. Ist er schon eingezogen? Ha? Schon eingezogen? Nein, nein. Der hört Freitag ab. Boah. Ja. Sie ist richtig glücklich, Digga. Der kommt erst nach dem Monat wieder. Ja, mal so ne Frage, ja. Warum kann ich keine Golde kaufen und beim Schwarzmarkt? Ist sie nicht Gold? Sie sieht aber Gold aus, ey. Bro, ich will kaufen. Das geht nicht, Digga. Warum? Keine Ahnung. Ich hab nicht genug Geld. Wo ist Schwarzgeld? Schwarzgeld, Bro. Digga, jetzt muss ich alles wieder neu beinden, alter Digga. Was ist das für ein Moch? Ja, keine Ahnung. Ist keine Ahnung. Ich wollte zwei Golde kaufen, Digga. Das ist zu viel, weil ich zu viel Schwarzgeld habe. So, warte. Bro, ich weiß nicht, was mein Schwarzgeld machen soll, Digga. Kann es mir geben. Ja, Bro. Ich will nicht waschen für 60%, Digga. Das ist ein Problem. Hä, Digga. Wer wäscht denn für 60%, Digga? Nein, ich meine, die waschen ja. Und die nehmen ja 10%, ich will nicht, dass sie mir 10% nehmen. Die sollen mir 5% nehmen oder so, aber nicht 60, Digga. Bruder, du hast die falschen Connection, Barisch. Bei wem wäscht du? Ich wache, Bruder, ich wache bei jemandem, Digga. Der wäscht 1 zu 1. Wer? Äh, 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 äh. Bro, ich schwör, ich hab zu viel Schwarzgeld. Bei Gott, ich hab zu viel Schwarzgeld. Bruder, ehrlich, der wäscht echt 1 zu 1, Digga. Also bei mir, bei mir hat er, von Medellin, bis jetzt hat er, Bruder, bis jetzt hat er... Ganz C, O.C, oder? Äh, Bruder, ich war doch vorher bei Medellin, deswegen. Ja, äh, kannst du klären? Mhm. Ey, Leute, Jungs, Jungs, wie wisst ihr, wie ich... Da will ich jetzt waschen. Aber ey... 2, 3 Mio geben. Wiss ich... Wisst ihr, wie ich das beinahe? Ich will noch 3, 4 Mio geben. Ähm, ähm... Willst du alles? Ich will mein Kanzel Schwarzgeld weg haben. Aber da musst du ja nach oben, ne? Muss ich da auch ein Ehe machen oder nicht ein Ehe? Ich ruf mal kurz an, ob der da ist. Ich hab das nicht schon reingeschaut, aber ich weiß nicht, ob ich ein Ehe bei... Oha, du hast Glück, Digga, klingelt. Sag, äh... Müsst euch mit E-Seiten. Okay, ich versuch's einfach und wenn's nicht geht, dann muss es ohne. Hallo? Hallo? Ja? Was geht, Bruder? Hallo? Oh, was geht, Marco? Alles fit, Bruder? Ja, normal, ja, bei dir? Was machst du? Kann ich das kurz bei jemandem aussitzen? Ohne, dass jemand ausrastet? Mh... Hier? Sorgen, worgen wir... Was geht's, Digga? Ähm... Digga, kannst du vielleicht waschen? Nee, geht weg. Aber... Wieviel willst du? Warte mal. Warisch? Ja? Wie viel? Waschen. Ja? Ich sag das nicht, Bro. Er soll kommen. Ich geb ihm dann die Summe, Digga. So, jetzt nochmal. Er kriegt aber dann... Ja. Jetzt. Danke. Äh... Bruder, hast ein bisschen mehr, Digga. Sag das geheim. Was? Ey, Selina, sei mal kurz leise, ich hör nix. Sag das... Das ist geheim, Digga. Das kann ich nicht sagen. Äh... Baris, ich frage, ob es mehr als 10 Millionen sind. Ja. Hast du gesagt? Ja. Ob das wieder geht mit dem, äh... Sitzschärf, also... Digga, ich hör nix, Alter. Meine Fresse, Digga. Verpisst euch mal da hinten. 20 Millionen. Dann musst du hochgeben und was anmelden. Sag, er kriegt zwei Mio. Ja, natürlich. Das weiß ja, Digga, dass... Digga, er weiß, dass er nach oben gehen muss. Okay, gut. Dann meldest du an und dann sagst du mir Bescheid, ja? Ja, okay. Dann sag ich ihm Bescheid, ey. Okay, perfekt. Perfekt. Aber dann sei erreichbar, ne? Ja, ja, ich bin erreichbar. Okay, perfekt. Bis gleich. Bis gleich, ciao. Ciao. Kann er? Äh... Du sollst anmelden gehen. Ja, wie heißt er? Tom. Tom? Ja. Kommst mit? Wohin? Ja, äh... Du kommst mit mir, Digga. Ach so, ja, ja. Am Ende werde ich abgezogen. Nein, Bruder. Der wäscht auch immer für mich. Ja, lass dich rein. Kann ich nicht. Ja? Fahr mal kurz auf Seite, bitte. Ich kann nicht. Bitte, geht schnell. Mein Gott, bitte. Ich kann echt nicht. Ich hab zu tun. Fahr mal noch ein bisschen, Digga. Ich kann nicht. Ehm, Mann, einer von uns, äh, von unseren Jungs will wieder auf Kantanas Mutter gehen. Ich kann echt nicht. Ich hab zu tun. Er ruft, er ruft an, Digga, sagt zu mir, äh... Ich sag, ich kann nicht, kann ich nicht. Ich kann nicht, mach mal später. Hä? Ich kann grad nicht, mach mal später. Nein! Ähm, lass mal Sege mitnehmen. Wille? Kann... Ja, Sege! Wille? Kann... Ich weiß nicht. Sege! Willst du mit? Wir können auch zu ihm sonst hinfahren, ne? Steht vor dem Medellin anwesen. Nein, Digga, ich geh nicht zu diesem Wichser anwesen. Da kann man ein Eier lecken. Zu dem Anwesen geh ich nicht. Ja, wurde ich... Wohin, ich geh immer hin, Digga, ey. Der soll herfahren. Wohin, wohin soll er kommen? Die Rechtsgarage. Chill, ich fahr erst mal zur Garage. Ich schreie erstmal, wie ich schwarz kann ich hier insgesamt hab. Dann meld ich an. Ja, dann sag ich, er soll ja schon mal hinkommen, ey. Ja, ich fahr erst zur Spiegerage, Bro. Achso. Hops genommen zu werden, Digga, weiß nicht. Bro, Jungs, ich will nicht sagen, ich hab 140 Mio Schwarzgeld. Also... Äh... Wenn ich hops genommen werde, Bro, ich bin gefegt, da kann ich schlafen lassen. Ich hab dein Geld kein Geld mehr. Ja? Ja? Oder kannst du zu der Garage oben beim Geldwäscher kommen? 30.03? Ja, genau. Äh, ne, wir fahren da jetzt eben hin. Er guckt genau nach, wie viel er hat, Digga, und dann geht er nach oben anmelden. Ja, okay, okay. Ja, okay, alles klar. Perfekt, hau rein. Ja, warte, ich höre ich mal gucken und versuch mal, ob es mit mir geht mit dem Rehauber gucken. Habt ihr Langwaffe dabei? Nein. Ja, Joris, du soll ich da noch aus? Warum? Ja, Bro, er kommt alleine. Ja, Bro, er kommt... Bro, das ist 90 Mio. Ja, ne, grün. Du weißt, wir Menschenleut tägt, Digga, wenn du 90 Mio. auf dem Kontostand hat. Ja, ja, ja. Weißt du, was du meinst? Der ist Reef? Bro, ich hab immer gewaschen bei Ihnen, ey. Ich hab bei Ihnen letztes Mal aus... Ja, hast du mal 100 Mio schwarz gewaschen? Bro, immer 20 oder 10, Digga, ey. Immer. Ja, Bro, wir sprechen aber von 140 Mio schwarzgeld. Oder 150. Hä? Und keine 10, 20. Ne, ich kann ADV rausholen, Digga, easy. Ja, holt raus, sicher, sicher. Hast du Waffe, Baruch? Hast du Waffe, Baruch? So, Digga. Hast du was... äh, hast du Waffe? Ne, ich bin nur ausgerüstet. Also. Soll ich mit nach oben, oder was? Ne, warum? Wie heißt der Tom? Tom. Sein Steam-Name, ne? Äh... Sein IC-Name. Ich brauchst sein Steam, Bro. Ich weiß nicht, wie sein Steam-Name ist, ey. Ja, wie hast du das bei Geld angemacht? Ich hab nicht angemeldet, Bruder. Ich hab 9,9 Mio gewaschen. Okay, wie heißt der, äh, sein Steam, sag mal? Ich weiß echt nicht, muss ich fragen. Ja, frag mal. Tom, Tom, wie ist dein Steam-Name? Mein Steam-Name, äh, SOTC. Schick mal per SMS, bitte. Ja, mach ich. Perfekt, danke. Ja, warte mal, warte mal. Ja. Weißt du deine Nummer auswendig? Meine? Ja. Ja. Sag mal. 90, 91, 0, dreimal die 5. 90, 91, 0. Marco. Nicht mal eingespeichert hat er mich, Digga. Ehrenloser. Das ist ehrenlos. Warte. Wer steht, äh, wirklich auf null? Mhm. Ja, mei, Digga, mei. Schiffsfalls drohen wir mit Waffe, Digga. Dann muss er was schmuck, muss er machen. Warte. So. Für wieviel Prozent wäschst du? Ganz normal, ne? Bruder, ich kreis auf Prozente. Ich geb euch alles. Ja, okay, korrekt, Digga. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ja, ne. Ja, okay, bis gleich, ne? Bis gleich, ja. Wie heißt der? S, V? Ja. Und dann, äh, Leertaste, D, I, Z, Z, Y. D, I, D, I, D, I. D, I, D, I. doch ja ja die ersten kippen gegangen die er abnabelt der kleine wixer das erleichtungssebene ja stark gut dass was gesagt hat ja ich will nicht sagen hätte er doch gar nichts mit oben zu tun wer redet ihr der marsch kann ich euch helfen auf einmal reden und jemanden er war barisch der hat doch gar nichts mit oben zu tun ja 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 Ich sag, für wieviel Prozent weißt du, Digga, sag ich scheiß auf Prozent, ich geb alles. Ich hab einfach Marshalls kommen, Digga, die jetzt ab. Ey Websammler, passt auf, ich kann sein, dass Marshalls gleich überkommen soll. Stark, Digga, Marshalls dürfen da aber ganz schön. Warstens wieder für die, Digga, oder für die, die waren gerade hier bei uns, sind die Schürze. Was packt der Junge denn alles aus, Digga? Du, 150.000 oder überhaupt, will ich gar nicht wissen. Hä? Wie mein Schachtlisle? Hü? Oh, falsche. Ich mach richtig glücklich auf, Digga, ich guck rein, Digga. Hey, Schürze, Digga. Was? War Kali schon bei euch? Ich hab ja sowas Kali gehabt, Digga. Ah, Bruder, wenn wir schon mal hier sind, Digga, dann kann ich eigentlich mein Zeug reinpacken, Digga, was ich schon gesammelt hab. Hm, bestimmt, Digga. Stark, Digga. Ich triebe mich grad weg. Ich hab 10k, Digga. Ich hab auch 10k, Digga. Ich hab auch 10k, Digga. wie? ja, wenn du einfach vom inventar aus einfach verarbeitetst, benutzt von math, sag ich mal, wird deinem Beben aufgefüllt und deinem Schutzwissen aufgefüllt, ey bei Speed, bei Speed, Digga, auf Speedroute, Bruder, wenn du Speed benutzt, also auch benutzt, Digga, ein Speed, Digga, dann kannst du schneller, schneller Weste ziehen, Digga, und schneller nachladen und so, ey ich frage mich, was man mal beim Koka bekommt, Digga, ey ob man mehr auslässt, Digga ich hab's einmal vorhin benutzt, Digga, aber ich hab keine Ahnung, was das gemacht hat, Digga brauchst du erst probiert, Digga nein, Digga, keine Kartell war nicht bei uns, Digga hör mal, der Junge packt halbes Leben aus Digga, was hat denn der alles, Digga ich glaub, der sucht sein Schwarzgeld, Digga ich wüsste, wie viele, ob's der hat, ey die wieder auspackt haha, Digga 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 Barisch Ja, Bro kannst du nicht uns das mit anmelden, Digga, dann können wir alle zusammen an einen Abwasch machen ja, können wir machen warte wachst rüber den Hasen jungs, ich bin bei Olaf, ihr könnt auch eigentlich auch kommen wie bei Olaf ja, Marco hat auch ganze Schwarze, ich hab nix mehr was, was Marco Olaf, Olaf mach du kannst auch machen welcher Olaf unser Olaf, Muruk Kakashi Kakashi oder ich hab 6, 6 Millionen oder so, Digga du hast 6 Millionen, ja Bro, dann ich fick drauf ja, ja, deswegen wo bleibt ihr, Digga, hallo wo bleibt ihr ach, ich kann ihn herrufen ja, rufen doch her, Digga, hä ja, ich hab dich die ganze Zeit nicht gehört, Digga rufen her sag, er sollts schon zu wäsch, komm äh, 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 Tom, du kannst kommen ich komm gleich ich bin 10 Minuten in der Einreise, weil es ist ja voll hierher ich kann extra THLTP, Digga, probieren und ja, äh, komm, dann direkt Wäscher, ne? ja, ich komm gleich ok, perfekt, bis gleich gleich Bro, Tom ist im Support-Team wie? ja, er sagt, ich bin grad in der Einreise noch hm? lol was, Digga äh, crazy 5 Minuten, Digga, ist ja da oh 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, Bro, Digga, nicht tauschen. Ja, nein, Katana und so. Ja, komm mal her, Digga, wo fährst du denn, Digga? Sollen laufen oder was? Kommt der jetzt? Ja, ja, kommt. Ist der da? Ich weiß nicht, ich geh ihm gucken. Los, быть, los, los, los. hier raus ist auch verlichtiger geht man da weg meine kompeten marschitz hallo mark und Sergej, tu mal das Auto weg. Moro, tu doch das Auto weg, Digga, ist das so auffällig. Das Auto weg, Digga, ist das so auffällig. Ja, wo bleibt denn der, Digga? Er hat gesagt, er steht gerade in der Einreise, Digga, er hat 5 Minuten, ist er da. Ach, Bruder. Ja, Marco? Tom, wir sind in der Garage, ne? Hinter dem Geldwäscher. Ja, passt auf, ich mach gerade den Metz, dann komm ich, ja. Ja, behal dich, Digga, Baris steht hier, Digga, der ist nervös, Digga. Ja, normal, normal, bis gleich. Ja, behal dich, Digga. Das ist ja nicht. Hey. Was denn? Bruder, der macht, der macht aber mit Prozent. Ich gebe ihm nur ein bisschen was ab, dann reicht es doch. Bruder, bei ihm machst du doch 0. Nein, Digga. Wir haben die gleiche Farbe wie wir, Digga, hast du das? Scheiß. Das ist ja nicht. bei der 1 zielte was ab können wir ein bisschen was machen so und so ein 30 prozent am start und hier ja noch mal nicht zehn prozentiger mach mal ich gebe euch 3-4 mio digga passt es dann für euch was gehst du 130 mio oder ja ok stimmt ja keine ahnung nein wohin geht der warte mal ja dann scheiß drauf warum auch nicht bei den sollten wir sagen jetzt mal kommen digga was soll der scheiß daraus nicht das autokommen was denn bei Eile oder drückt nicht Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Bruder, doch, die waschen Digga, aber alle für 10, 10, 20% Digga. Ja, Tarn, Bruder, stark. Ich bin auch oben am anmelden. Bro, du musst 130 Millionen waschen, ja? 130 Millionen. Ja, Bruder, ich geb dir schon was ab, alles gut. Na, alles gut, oder wirklich? Echt? Ja, okay, warte ich auch kurz. Tch, 130 Millionen. Ja, oder? Und Bobby, was machst du hier? Es geht ab. Es geht. Digga, bist du oben, Digga? Ja. Wusste ich gar nicht, ey. Also, ich war schon mal oben, bin rausgeflogen, jetzt bin ich wieder oben. Bobby außer Kontrolle fährt. Wo hab ich gesteckt? All die Dänen. Hehehe, Dingga. Ja, mein Geil, Alter. Falsche Person, falsche Person, falsche Person. Falsche Person, Bro. Ja, ich hab so Angst, dass FIB kommt, ne? Ja, aber... Fahr mal ein bisschen. Stell dich irgendwo hin, ey. War so auf unauffällig, Digga. Nicht direkt davor, nicht direkt davor, Digga. Ja, nein. Check. 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 Hä, Bruder, fahr so, Digga, dass wir hops genommen werden, Digga. Was? Fahr so, dass wir gefickt werden, Digga. Was machst du denn da, Digga? Versteckst dich ganz hinten, Digga. Boah, Digga. Was ist echt? Einfach hier, beim Kiosk irgendwo hinstellen. Stell dich einfach beim Kiosk hin. Hier vorne, bei Tankstelle. Einfach hier hin, Digga. Falsche, hier vorbei. Einfach so, Digga. Ja, bleib einfach so, bleib einfach so. Weißt du, bei der Nikon, Digga. Lieber verlier ich eine ADV, Digga. Höher, Digga. Außen, Digga. Hast du gesteckt? So will er ja, aber... Sechs, neun. Marco, geh mal weg. Fünf. Stark, Digga. Scheiße, das muss ich ja auch anmelden, ne? Ne, ich bin grad schon oben. Du heisst doch, du heisst auch Dezzy, Bro. Ja, gerne, genau. Ja, Olaf, also ich bin grad beim Kollegen. Also, Arth, kannst du anmelden, dass ich gewaschen hab und dass ich dir das gegeben hab? Ja, Bro, das ist Locks und Nookie. Dezzy, okay, danke dir. Hier, Bro. Bist du, ne? Bro. Ja, ne, wenn du Bock hast, Digga, du kannst auch zu uns kommen. Das ist nicht. Also, ja, ne, jetzt hab ich, äh, krieg ich deine Nummer? Ja, klasse. Stark. Ihhh, nie wieder, nie wieder! Klaute meine Kontakte, klaute meine Kontakte, der Hund! Sieben, vier. Ja. 2, 1, 2. So. Hau rein, Baris. Äh, ist noch Platz bei Medellin? Kein Ding, ja? Ja, ich hasse sowas, Digga. Bruder, ich feier sowas gar nicht, ey. Oh, gut, ja, save, save. Hahaha. Immer, Bruder, ich mach immer auf umsonst. Das ist egal, das Kontakte von dir, Bruder. ja ich hasse sowas wie er ist eigentlich nur noch sechs millionen doch ich hätte ich laufen lassen Ja, das ist gut, ich hab schon gesagt. Einen. Alles klar, Jungs, haut rein. Danke, Tonnen, Digga. Jungs, erstmal zur Kasse, ey, erstmal zur Kasse. Ich hab 87 Millionen Bar. Ey, geh zu laden, direkt zu laden, direkt zu laden, Bro. Direkt zu laden. Mach keine Faxen, mach keine Faxen. Das kann man da einzahlen. Da kann man nicht einzahlen, Digga. Polntaus. Andere laden, andere laden. Andere laden. Ich muss grad fünfmal anmelden. Hast du gehört? Habt ihr gehört? Was? Ich musste fünfmal anmelden. Voll lächerlich. Du kannst nur 30 Millionen so waschen. 30 nur? Oder 50, keine Ahnung. Schau mal, ich seh nichts, jetzt. Ja, ich hab's nicht mal gecarriert, Digga. Digga, voller King, Digga. Ja, voller King. Alle klein nummer, loo. Du fliffen. Nie wieder, Digga. Schmutz, Diggi. Nie wieder kriegt jemand nummer, Digga, von irgendjemandem. Ja, Bruder. Boah, boah, boah. Boah, Digga, jetzt ist die Nachricht gelesen, alle. Ja. Weißt du, was mitgekriegt habt, Digga? Von lox und duping? Von Olaf? Was los, Ned? Ähm, ich und Rako stehen auf, ähm, stehen auf dupingverdacht. Verdacht? Boah, wie zu krass, Verstand und Geld haben, Digga. Ja, Ned. Hä? Für was? Ja, für was? Bro, wir stehen auf dupingverdacht, Digga. Habt ihr gehört? Was? Seid ihr telefoniert, ne? Wo bist du? Achso, Digga, wusste ich gar nicht. Wiffelpark, Digga. Lass mal hin, Marco. Hä? Ja, wir haben Baris dabei, wir kommen. Wir kommen, Ned, Digga. Kein Problem. Digga, was für Crips, Digga, stechen unsere Leute ab, Digga. Crips, Digga, okay. Ich würde das mal gleich in Besuch gemacht bei den Crips, Digga. Digga, Jungs, ich will echt... No joke, ne? Ähm... Ich und Drago schnell war auf dupingverdacht, Digga. Ding, Digga. Hab mir Olaf gesagt. Da ist... Ja, Bro. Digga, weil wir zu viel Geld und so kriegen. Und waschen und was jetzt nicht alles. Weil wir allgemein so viel Geld haben, Digga. WTF, hä? Wo hab ich so viel Geld? Ich hab nur 100 Mio. Bro, dieser Dizzy, ne? Wie heißt der, Max? Tom. Tom. Aber Max hab ich eigentlich schwer. 10 oder nicht bei mir der süße und der hat mich verkauft die gerede wichser besser mann was soll ich denn bei der garage die gar nicht gut abgestochen und auch gestochen eine rupe kaputt gehen oder was direkt wo sind die wo sind die denn das medellin oder da da ist der blau da ist der blau das ist nicht unser das war ich das nicht unser schwere die haben die gleiche farben das ist ja das ich schwöre dass nicht uns das kommt abdicke wurde das medellin das medellin doch 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 jungs fährt weiter fährt weiter wir folgen den crip wo ist der crip wo ist der crip abgezogen digga es ist gepackt nein wir werden direkt zum blom porsche hingehen sollen ja die gas medellin digga die haben die gleiche aber das ding ist der porsche ist in dem design digga das ist das problem und die unterbrechen direkt dahin da ist der porsche da ist der porsche ohala hey jungs jungs hey was soll der scheiß ich weiß nicht wo ist der der mein junger abgestocken hat der blauen porsche jungs wer ist der denn abgestocken hat hol ihn mal her hol ihn mal her ich hab kein handy gar nichts also ich kann ihn suchen ey ich entschuldige mich nochmal da ich dich abgestocken hab oder hast du ihn abgestocken ja ich hab dich abgestocken wegen den farben nächstes mal frage ich wer du bist ja einfach mal fragen digga was hast du einen rang ja was hast du einen rang der 12er der 12er ja keiner sticht einem von meinen jungs ab ja da haben da hat es die sache geklärt ja und man sieht sich ja heute wenn ich das noch einmal kriege ja das ja einfach mal jungs absticht dann gibt es dann liegt ja alle da haben halt so ein schwanz digga oh bruder da hast du ansage gemacht digga digga wer sind sie korrekt danke dir das ist meine aufgabe ja aber kann ja nicht angehen alter weißt du der kommt da aussteigt aus und sagt ich soll aussteigen ich denke der will sich mit mir unterhalten sticht mich einfach ab da habe ich auch gedacht was ist mit dem denn los digga vor allem im endeffekt die wissen dass wir die ug die klamotten trägt digga weil wir das abgeklettert haben mit dem digga und die hatten immer digga war ich du jetzt eigentlich eigentlich hätte ich hab mir noch nicht abhauen sollen digga weil die haben gesagt die werden schwarze rosen anziehen digga haben die noch nicht gemacht ja kann man ja ja später vorbeifahren digga nach dem besprechen ja safe digga also bootchen wollt ihr hier bleiben wollt ihr hier wollen nicht egal wo ich geh bei sammeln bruder ich hab keine 87 millionen gewaschen bruder ich hab jetzt 104 millionen digga ja ich hab noch 10 digga ganze 10 ich hab 850.000 bruder das para schmeckt schon digga muss ich schon sagen zieht direkt nur mal ab digga nächstes mal wenn bruder ich schwöre das jedes mal so nächstes mal wenn jemand fragt ich sag einfach boah keine ahnung bruder brauche waschen brauche ich dich auf jeden fall Drago hat connections aber ich gar nicht das ist das problem ich hab welche nur die haben sich aufgelöst ne die jacken digga bei Lutzow habe ich immer gewaschen ne aber seitdem her nicht mehr gibt es digga was sag ich mit dem digga keine ahnung wo Lutzow hin ist die haben doch alle perma bekommen Lutzow auch ja ganz block 6 ganz block 6 digga und john stauber digga der bei uns war ganz scheiße ich guck gerade den gezocker auf hexropay was ist das ja ja ich sind alle auf hex rüber gegangen john stauber digga der bei uns war aber auch oder was alle alle die bei block 6 fahren ne ne bilal ist woanders als berlin äh berlin city oder so ist bilal ne echt ja 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 ach du schwarz gilt ich hätte ich hätte ich hätte sonst gesagt ihr hättest du von meinen arbeit haben kaufen können aber wenn du schwarz geld hast du es eklig der war mein arbeiter hat hat ganze was hat er gestern gesagt 47 47.000 in seinem caddy ja oder wenn er ja wenn er 50 voll hat kaufe ich das ab ich weiß digga ich hole dich ein nein das mehr das mehr das mehr die 70 startkurs ist der niedrigste oder das ist mehr das ist mehr doch digga das muss mehr sein warte 50.000 geteilt durch 25 sind 2000 ja dann geteilt durch fünf sind 400 oh mein gott digga ich habe einfach ich habe einfach c gedrückt 75.000 30 millionen minus 21 millionen 2,1 die georgas aber jetzt schon von 35 mann die zählige achte scheiße man die sind wir den dingen ich weiß nicht bei jedem stadt bekannt das war heute kein looch abanfangen die ganzen leute ja aber trotzdem digga die leute haben gar kein bestand der jungs es ist 20 10 liga besprechen haben wurde gesagt ich habe abgesagt weil ich nicht wusste ob ich komme aber du kommst junge ich war vorhin schon oben digga meine ganzen autos waren weg digga ich bin ausgeflippt alle autos waren weg digga ich dachte so nein digga wir müssen mal mehr schwarz mal kontrollieren nix los aber jede stunde wir standen da zehn minuten rum eigentlich muss dieser schwarzmarkt weg digga dinge aufzumachen marco schickte was das kann ich ja die könnte ich ja nichts wegen ich würde direkt mich richtig auf digga aber du hast gesehen die gar so eine schnauze halte ich weiß digga meter ne ja ja aber trotzdem digga die stimme schon hätte direkt agression wenn einer von dem dann haben wir sozusagen was ganz witziges digga sogar ein ganz witziges wenn einer den verlettern auf macht digga ich weiß aber dann haben wir wieder im richtigen strang mit medellin sehr gehalten hat die schnauze digga obwohl aber du siehst selbst digga momentan jetzt du mal es legt sich gerade keine fraktion aus es könnte nur wegen katana digga katana kommt mit uns anliegen aber der rest keiner gerade und auch gehalt aber auch erzähle ich jetzt erst mal nicht ja dinge ist aber auch ne mit neid mit neid bro da sind voll viele rausgegangen sind zurückgegangen wenn er ist tot werden auflösen bestimmt was gehört was mit blutz ja blutz auch noch ne ja blutz die geht bro das mero 12 war weißt da passiert schon nix was sind die gar da digga gratis faser ja bro keine ahnung was das für wager sind die haben auf jeden fall wieder die alte hut glaube ich eh von denen hm oh ich bin schwer alle 20 uhr digga ist halt ekelhaft dass wir das labor halt nicht nutzen können ne aber ich sag dir ehrlich bruder auf auf ernst 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 gemeint digga meff hin oder her aber die wege sind bodenlos ja was das machen hm ich weiß nicht digga ey meint es gewglob ich brauch ein auto aber kann mir jemanden nort leihen ja sehr gesehen auto ist auch schon weg hier die lautje da hinten steht da steht auch dein auto digga nein nein das ist schon wie das auto schwarz 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 ja 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 ist das drago ja ja das auto fikt vor mein kopf digga ja 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 Tja, Digga, wer sind die denn? Jungs, ich habe gerade 140 Mio gewaschen, Digga. Sehr süß. Ja, Bro. Hä, gar nicht. Hä, das ist doch Drago, der redet, Digga. Nein, Drago ist nicht Drago. Digga, das ist Drago, der redet. Was? Doch nicht. Ich bück mich auf, Digga. Ja, ich war gerade auf Rute. Ich melde mich wirklich. Aber Basis, äh, wie heißt das? Wann haben wir das Messlabor? Ich habe 3000 verarbeitetes Mess, Digga, auf Labor. Ja, bald. Vertraut, heute oder morgen. Habt ihr noch Koks, Digga? Nein, hab ich verkauft. Ja. Ich hab auch noch Koks, Digga, ey. Ich glaube, ich leg das noch rein. Ja, mach das, Digga, bis 21. Gar nicht, sonst würde ich sein. Ja, aber keiner, der frack will sie kaufen, Digga. Scheiße, scheiße. Wollen wir, Diggi? Wollt ihr eine ADV kaufen? 3 Millionen. Was? Wollt ihr eine ADV kaufen, die 3 Millionen? 3 Digga, willst du mich falsch? Wollt du dich wegschießen? Ey, das war ein Schwarz, tut mir leid. Guck gerade erstmal den Dien und nicht. Was für 3 Millionen? Boaaa! Guck drauf auf was für 5 Millionen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ohne Besprechung, ne? Ja, ja, ich mach das jetzt. Hä? Ist nicht dein Auto, Digga. Wie hat denn der Ranzhaufen hier? Hallo. Hä? Ich bin allein drin, keiner darf von Kantana, Digga. Ich hab uns schon mit 1-2 gegen 6 gemacht, von denen wir ja fast gewonnen, Digga. Hä? So, er steckt ein und wieder auf. Ich nehm jetzt einfach hier die Flagge ein, wenn die kommen, dann kommt sie nicht. Gegen wen? Äh, gut, ja. Junge, steig ein, Digga. Alter, ey. Digga, wie nervig. Der Junge steigt für jeden Scheiß aus, Digga. Da stehen noch andere, Digga. Ehrlich, Digga, richtig anstrengend, Digga. Guck mal, der ist auf unsere Route. Ich schieß ihn jetzt weg. Ey, vergangs, ey. Es ist ja so, dass ich eine Verkehrsrechtsrolle habe. Es hat irgendwie gebraucht bis 16. Habt ihr Bock? Ja, also, es gibt die Achtgäste zu, dass den 50 Mann hier nie will zu schließen, aber das Gewicht ist total. Hey, hallo. Mach das so. Deine Hände hoch. Was machst du hier? Äh, ich weiß nicht, ob der mich hört, aber ich höre alle anderen gerade. Ich muss kurz, ich bin gerade selber am Support bei, beim Defo. Ja, geh weg hier. Ja, alles gut. Ich bin sofort bei Defo. Ist ja da oben auf dem Dach, Digga. Ja, ja, Digga, deswegen, ey. Ich habe ihn so gesehen, Digga. Er dachte, ich sehe ihn nicht. Digga, bestaunt, Digga. Soll ich rippen, oder was? Ja, die Kacke kann dir auch gar nichts hier, ne? Digga, was ist eine Müllauto, Digga? Ich schwöre, Alter, hier nimm mal deinen Schmutz, Alter. Digga, Alter, zieht ja nicht mal einen Hering vom Teller, Digga. Ist da DG? Ist da DG? Ist da DG? Ist da DG-Klasse? Hallo? Digga... Digga! Digga, bist du behindert? Du kannst trotzdem aufschließen, Digga. Schließ mal bitte auf. Ach, Digga. Hast du... Hast du einen Koks genommen? Ja, normal. Ich hab 640 auf den Tasch, Digga. Ja, ich hab auch nur 700 oder so, Digga. Aber egal, was weg ist weg. Ja, wollte gerade sagen, Digga. Schmeißen wir zusammen, ne? Können wir machen. Dann ist das in der Stunde fertig, oder? Ja, du kannst... Hey, du kannst deine 600 reinlegen. Ich ging meine 700 rein. Fertig, Digga. Ach so, okay. Ja, ja. Ich hab ja nichts mit schnell oder langsam zu tun. Nein, nein. Ups. Ich fahr mit dir nachher auch zusammen hin und holen ab, ja, ne? Upp. Oh. Ich hatte noch nie, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Ich hatte noch nie so viel Spaß am Abend, so eine ganz gechillte Runde bei 5M. Ne, ne, ne. So, wo wir lachen und einfach Leute beleidigen. Ne, ne. Schon geil. Ja, Digga, ich bin ein bisschen zu gefangen, Digga, ey. Meine Mom schiebt voll Kopfschmerzen. Digga, wer ruft mich an, Digga? Ja, es flippt mir aus, Junge. Hallo. Marco? Ja. Kannst du jetzt kaufen? Wer ist denn da? In Sanse, Bruder. Was willst du verkaufen, Digga? Ich hab's vergessen. Ja? Ach so, Digga. Äh, ja, ich bin gerade... Wo bist du denn? Platzhof, Bruder. Äh, boah, welche Postleitzahl? Äh, 10... 28, glaub ich, ist das ja, ne? Ja, 10, 18. Ja, 10, 28. Ja, 70, 28, oder? 70, 28. Schick mir mal eine SMS, Digga, dann komme ich da gleich hin. Digga, dieser Weg, der ist so bodenlos, ja. Digga, noch eine Nachricht, Digga, ich flipp gleich aus. Dieser Typ hat mich angerufen, ne, von Stoffsammeln. Laber nicht. Ja, ja. Eben gerade der, oder was? Äh, nee, nee. Davor. Was meint der? Äh, ich bin nicht rangegangen, Digga, ich hab's nicht gehört. So. Äh, Bruder? Ja, Bruder. Akku? Äh, ich schick Standort bei der Garage, weil ich hab mein Ding kaputt. Ja, ja, ich schick einfach Standort. Aber leg mal auf, Bruder, ich bin gerade am fahren, ey. Ah, okay. Er bleibt ja auch am Telefon, Digga. Telefonsex. Äh, hä, Digga, was ist das für ein Weg, Junge? Komplett Brainfuck, Digga. Boah. Noch eine Nachricht, Digga. Oha, oha. Drück, drück eh, ne? Geht ja nicht. Doch, geht? Nee, ich hab doch keine großen Taschen. Ach. 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 Ich bin fertig, ne? Ja, ich bin nicht. Bei mir geht das irgendwie nicht. Hä, wie viel hast du denn? Ach, Digga, die eigentlich bin ich rein, Bauch, Digga. Ich komm nicht. Also. Ja, ich bin fertig, ne? Ach. 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 Fungi. warum das noch sicher ok woanders markiert das ist das labor ja dass das ja oder ich bin bei einer anderen route das lsd wer entscheidet das wer entscheidet denn ob wir anfangen die wahl wir haben einen aber sie eine verschiebung ja was meinst du oder ja Ja, der KvD-Band war. Wann ist man so job? In 10 Minuten, in 5 Minuten. Ja. Woher ist die Stadt, ne? Ach ja. Keine Ahnung. Ich bin ehrlich, wir sind halt zu wenig. Keine Bock an's fahren, Digga. Hey, Klaus, du Pfeife. Klaus? Hallo? Ja, was geht? Hallo? Ja, Digga. Ich bin so schlecht, ne? Ich bin so schlecht. Klaus, wo bist du? Geh hin, drück E, ne? Gib oben die Zahl ein, wieviel du hast, Digga. Ja. Und dann ziehst du rein und drückst verarbeiten. Aber immer Fünfer-Schritte, ne? Mach einfach alles rein, Digga. Gib einfach gesamte Summe ein. Okay. Ja, perfekt. Halt. Ich fahr? Ja, fahr mal. Wohin? Äh, oben zum F. Ich markier dir. Perfekt. Läuft doch, Diggi, läuft doch. Ja, ich sehe schon. Ich habe alles in den Griff, Diggi, alles in den Griff. Ja, ich sehe schon, Diggi, alles in den Griff. Ja, ich sehe schon, Diggi, alles in den Griff. Ja, ich sehe schon, Diggi, alles in den Griff. Ja, ich sehe schon, Diggi, alles in den Griff. Ja, ich sehe schon, Diggi, alles in den Griff. Ja, ich sehe schon, Diggi, alles in den Griff. Ja, ich sehe schon, Diggi, ich bin der Beste. Ja, ich sehe schon, Diggi, alles in den Griff. Ja, ich sehe schon, Diggi. Diggi, alles in den Griff. Ja, ich sehe schon, Diggi. 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 Oh man, du hast mich jetzt angenommen. Mach 2, S, H, U, F. Ich muss kurz pausieren. Ich habe so Wahrheit gesagt, ich sage dir sowieso, ey. Siehst du das, oh nein, er hat mich erwischt, Digga. Ist ja eine Million Prozent, du lügst, sie schreiben nein mit Lachsmiley, Digga, aber sowas war, Digga. Hast du einen Ball als Will, Digga? Äh, ne, Digga, tatsächlich nicht, ey. Ich bin dem Club gesehen, Digga. Hast du den Club klargemacht, Digga? Ja, direkt an mit, Bruder. Geht's auch hin, bist du auch zu einer, der hingeht? Nein, Bruder, ey, ich schwöre, also, also, schon, ich habe keine Angst davor, Digga, aber ich habe momentan, Digga, konzentriere ich mich, sag ich mal, auf mein eigenes Leben, so, weißt du? Ja, normal. Passt, passt momentan halt einfach kein, also, ich habe, Bruder, ich sag mal so, um was bieten zu können oder so, das ist kein Problem, aber ich habe einfach keinen Kopf dafür, weißt du? Ich will einfach, so wie jetzt, ich will einfach hier chillen, meine Ruhe haben, Digga, und nicht irgendeine Noten so in der Sitzen haben, Digga, der mich nervt. Ich weiß nicht, ich kriege Riese, Digga, vertraue mir, ich, Bruder, ich zocke trotzdem, weißt du? Ja. So, mich interessiert das nicht, Digga, wenn dann so die Frage kommt, wollen wir was machen, da drehe ich mich einmal um, Digga, dann mache ich erstmal so eine Seite Headset ab, was hast du gesagt? So. Ähm, wo kann man bei euch verkaufen? Was verkaufen? Ne? Hm, Leadership. Nur da? Ja. Sparen wir los drauf an oder nicht? Ne. Und wo sind die immer? Steht vor dir. Ah. Der war gut, Digga. Ja, Digga, was? Ich hab grad nicht so viel, aber ich muss grad loswerden. Was? Ich hab grad nicht so viel, aber ich muss grad loswerden. Wie viel hast du denn? Check. Boah, ich glaub, nur... Check. 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 70 verarbeitet. Ja. Hm. Das ist ein halber Burrito, ne? Nein. Doch. Warte, Mann. Wir fahren in Lutra 1. Achso, ja. Ich hab keine Ahnung, aber 70 verarbeitet halt. Warte mal... Ja, Bruder. Aber mach ich mal 5 und 20, Mann. Wir haben grad durchgezählt. Das war genau 5 und 20. Ja, ja. War genau 5 und 20. Aber ey, Digga. Dann komm mal, dann geh mal zu Drago. Wenn der um 21 Uhr noch rückkommt und über den Lutra 5 sind, dann dreht der ich ja grad, Digga. Aber... Ich kenn's die. Ach, was willst du denn dafür haben? Ich kenn mich gar nicht aus. Oder 3500 ist voller Burrito, geteilt durch 25 sind 140. Du hast 70. Also heißt die Hälfte, Digga. Das heißt, du hast 3500 geteilt durch 2. Du hast 1750. 1750, Digga, hast du, äh... Hattest du. 1750 hast du verarbeitet, Digga. Das sind 70 Packs. Äh... Verarbeitetes... Dann... Das sind 14 Packs, Bro. Das lohnt sich ja gar nicht, Digga. Ja, ich muss aber grad loswerden. Digga, das sind... Das sind... Digga, das sind 700.000 Schwarzgeld, Digga. Oder das sind 350.000, Digga. Ja, ist doch egal. Das sind halt 350.000. Oooooooohhh... Für 300 kaufe ich ab. 310. Für 300 kaufe ich ab. Na komm. Boah, hab mal eben schnell ein Geschäft gemacht hier. Da sind ja... Da sind ja nur 69. Du hast mich ja beschissen. Ja, sorry. Ja, sag mal, was... Was ist das denn? Ja, tut mir leid, warte. Ich hab auch noch sowas, warte. 25 musst du aber draufpacken, Minion. Okay. Deine... Deine Nummer? 465. 465. So, vielen Dank. Kein Problem. Ich fahr mal zur Garage. Max? Max? Ähm... Drago kommt, der jetzt direkt, ne? Max? Ähm... Die beim Anwesen 5062... Ich weiß gar nicht, wie heißen hab. Ich war noch Kack-Kolonnen auf. Und, äh... sind auch... voll, glaub ich. Und jetzt... Andern auch. Max? Eigentlich können wir das auch schon verarbeiten gehen, Digga. Eigentlich können wir das auch verarbeiten gehen. Ja, Digga. Dann haben wir doch schon wieder weniger später zu tun. Weißt du? Weil wir... Ich fahr den nicht an, Digga. Wenn wir den anfangen müssen, Digga, dann geh ich powernampen, Digga. Ganz einfach. Wär doch sowieso geschleudert, Digga. Ich hab grad einfach 70 Mav, Digga. Äh... Ne. 81 verarbeitetes Mav, Digga, gekauft, Digga, für 300k. So, mach's mal. Mach's mal. Alles Jukula. Digga, sollen wir da jetzt hin? Ach, du kannst von da nicht rein. Ich bewege mich kein Meter, Digga. Mach's von der anderen Seite rein und dann machst du T slash S H U S F. War das Trago, Digga, der das gesagt hat, Digga? Nein. Nein, war nicht Trago. Ne? So, ich steh im Lämm, oder? Ja, wieso sind wir nicht bei Dings hier? Bei, 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 bei Koka, Diggi? Weil wir das, weil wir das Labor hier holen, Digga. Ey, Jungs, die fährt gar nicht schon, gell? Ja, wir haben's noch nicht, weißt du, wie ich meinst? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Die sind schon alle Kolonne, Bruder. Die haben schon Jukula-Kolonne. Das sind diese komisch weißen Jukula. Hä? Weil die sind die Jukula-Jukula-Jukula. Ja, grad eben war die da. Aber diese Weißen mit Jukula, die haben wohl das jetzt so angefangen. Wie ist das denn los? Wir haben mich das grade gesehen, Bruder. Also so zehn Minuten drastet. Ja, ja. Weil die sind mit Jukula-Jukula-Jukula. Nein, weiß ich, die Jukula-Jukula hat. Und so komisch weiß, wie war. Äh-äh-äh-äh-äh. Wo bist du mein Sonnenmisch? Digga, was passiert eigentlich, wenn jetzt ein Engel kommt und sagt, äh, Kontrolle, und ich auf Toilette bin? Ja, Digga, dann bist du am Arsch? Was soll ich jetzt machen soll ich aufhören zu sammeln oder hier stehen drei leute stehen hier Ich habe überhaupt keinen bock auf den scheiß Du bist u g digga du musst glaube ich eh nicht anfangen Warte mal digga Ey blot Wie kann ich den anderen runter nehmen Scheiß doch Ich muss auf Toilette digga Ich bin gleich wieder da Äh geh 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 Nicht schaffter bruder nicht schaffter Jubiläten glaube ich Ja bruder bruder Wo bist du mein Sohn Ja ich fahr kein Jubiläuten Ja ich fahr kein Jubiläuten Ja komm her digga lass es zusammen verarbeiten gehen Ey digga es ist fein da ich leute aufmache ich will hier zumindest 20 gewinnen Ja lass Willst du machen wir schon ein bisschen Ja Ich mach jetzt 3 minuten Jubilänen wenn nicht viel Kann Sanktion Oder fahr mal dein lootjob an digga ich kann gerade nicht digga Ich kann gerade gar nicht digga Ich kann nicht auch gar nicht Ich kann auch gar nicht Ich bin ganz Messverarbeitet digga Ah, Digga, erstwert gesagt, weißt du, Besprechung 21 Uhr und jetzt so eine Scheiße. Ich fahre nicht an, Digga. Kannst du mir den Kopf stellen. Würde ich auch nicht machen. Das macht keinen Sinn, die gewandt zu fahren, Digga. Was dann? Ich möchte jetzt den in der Hotzehn, Digga. Heide. Marco, du auch. Bruder, ich gehe gleich schlafen, ich gehe gleich schlafen, Digga. Ist Quatsch, wenn ich jetzt da hinkomme, Digga, und in 5 Minuten e-Power-Nappen gehe oder 10 Minuten. Da hat er wieder einen rausgehauen, Digga. Digga, wir wollen die Sanktion verteilen, Digga. Ich gebe den Warnstechen um Sanktionen, Digga. Ach, Bruder, man wird voll gezwungen, Digga. Ich schwöre, Digga, ist einfach so. Wollen wir verarbeiten gehen, Digga? Ich habe Bock, ey. Wie bis halb zwölf Uhr haben wir Zeit? Laber. Yeah, easy, Digga. Ey, wo ist überhaupt Verarbeiter? Ich packe jetzt mal alles wieder rein, Digga. Ja, das ist eine komplette Summe, Hab, Digga. Ja, also, du kennst aber nicht jemanden, der, äh, besser kauft oder so. Ja, keine Ahnung. Äh, anscheinend nicht. Äh, was meinst du? Ein normales Bruder oder ein Klappchen? Ja, ja. Was kostet es bei euch? Gute Abend. Keine Ahnung, wie viel die Kosten, Bruder. Warte, warte, warte. Ähm, ich muss kurz was kommen. Jungs, habt ihr Mäkler wohl schon? Nein. Schaden. Ähm, warte. Ähm, ein Messer, ein normales, warte. Ähm, kann man kommen. Ähm, oder wo ist das denn, durch, macht die Beschläge, ich hab nicht gesagt, Bruder, keine Ahnung, wie teuer normal ist. Ja, also, normales habt ihr glaub gar nicht, hat der Block 6 auch nicht. Doch, Digga, normales Messer haben wir. Haben wir auch, Digga. Er hier hat dieses, um Off-White-T-Shirt, er hat eins, er wird zwei verkaufen. Ja, Bruder, ich geb dir 500k. Was? Sag einfach ja. Komm, machen wir, komm, machen wir 600, Bruder, 600. 600 ist zu viel, Digga. Sag 500k, sag ja, komm, ich geb dir 500, ich geb dir 500, ich geb dir 500. Warte, 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 warte. Sergej, komm schon, Bruder, bitte. Ich geb dir 550. Ich geb dir 251 vor. Oha, oha. Warte, es ist hier nicht so viel los, geht mal weg von mir. Ich geb 9 Millionen. Jo, du, du, du. Äh, 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 äh. Ja, das ist die Leute, die Telefon. Das ist was, Digga. Äh. Also, 550? Im Club hier, oder wie viel normales Messer? Normales. Normales Messer ist ein bisschen billiger, Digga, ne? 500 kostet das, oder 550. 550 kostet das, glaub ich. Der macht 550. Jungs, wer kommt ab in die Hose? Wir machen Fahrrad. Komm, sag, sag, 50. Ich fahre nicht mehr da, ich fahre nicht mehr da. Ich fahre nicht mehr da, ich muss, ich gehe. Ich muss kein schlafen. Ich muss 15 Minuten kurz mit meiner Mom weg. Wohin? Zu meinem Opa, Bro. Ja, sehr gerne, was hast du für eine Ausrede? Ich hätte das keine Ausrede, Digga. Hallo. Ich wollte mal sehen. Dann können wir jetzt nicht mal Labor haben. Kannst du arbeiten gehen? Oh, ja, okay, gut. Jungs, wollt ihr jetzt Messer kaufen? Ich muss das unbedingt groß werden, Digga. Oh, 500k. Wer will hier was verkaufen? Messer, Messer. Du, willst du ein Messer verkaufen? Ja. Ah, perfekt. Dann, äh. Dann komm mal her. Welches Messer ist das? Hier. Ja, mach deine Posten auf. Nehme deine Posten hoch. Mach mal deine Posten hoch, hallo. Ja, hier. Nehme deine Posten hoch, geh mal fest. Such dir einmal. Geh mal dein Messer. Wie ihr Witz dafür? 500k. Mach das ja mal frei. Digga, macht auch das? Also, wenn nochmal dein Arbeiter, ja? Nochmal hier Messer verkauft, ne? Das als, wenn wir die Kurzfahrbrote haben, ja? Stell ich die auch noch mit ab, ja? Hm. Ja, und Kurzfahrbrote ist unsere Route. Wann, das ist so lustig, was ihr da gemacht habt, Digga. Ich wusste das, Digga. Ich wusste das, Digga. Ey, Papa, irgendeine ganze... Ich glaube, was versteht, ich bin mal mit. BITTE! Ja, ich bin nicht mit, warte, wo bist du denn? Ey, wir haben noch 5 guten Anzeffahrt, beruhig dich mal. Schrafen wir es wohl. Ja, wenn du die Flasche gekommen bist, Digga, oder? Ja, ich komme doch gerade, Digga. Ja, ich bin gerade wach geworden, beruhigt euch. Hallo, baut einfach die Kolonne auf, baut einfach die Kolonne vernünftig auf. Ich bin gleich da und dann geht's los. Nein, macht die nicht. Nein, macht die nicht. Ja, reicht vollkommen aus. Ja, jetzt geht's los. Vielen Dank. Deine Meinung interessiert kein Ding. Oh, ein bisschen Bücken hier und verarbeiten. Oh, schön. Ja? Ey, ich bin hier Starbugs. Wo bist du denn? Bei Dinger, Rote Meth. Ey, komm mal zu der Garage, 10, 12. Ist oben da direkt die Garage, komm sofort. Ein paar Minuten, was wir anfangen. Lass mal ein Meter Monikor aufbauen, dann können wir ja wieder das machen. Nee, so. Lass mal alle, die wieder vom Nutzung bekommen sind. Erstmal gleich für eine Viertelstunde, Digga, ab durchziehen, Digga. Und dann können wir ja wieder vom Nutzung bekommen. Morag, Schaap. Fall oder Schaap? Ja, wir müssen durchfahren, Digga. Wir müssen durchfahren, Digga. Und dann fahr hier. Sag einfach nur, du fahres, du bist. Jungs, bedanwohr, Fett, Schaap, Fett, Schaap vorbei. Fett, Schaap. Hade, Fett, Hade, Fett. Hade, Fett, Schaap. Ich konnte nicht bremsen, Digga. Dieser scheiß Huckel davon hat mich hops genommen. Der arme Bro. Wann war nicht mit Absicht, Digga. Ich höre dir Arme, Digga. Wo ist das überhaupt? Hier, Alter. Hinterm Zorn bei mir. Drück mal U, kleiner wichser Mann. Der arme Digga. Wie schnell, Alter. Was der fuck, Alter. Wo ist Marco? Das ist Marco, du kleine Bitch. Was geht ab, Digga? Wie viel? 7,5k. Ey, Medic einmal bitte stopfen, Digga. Oder siehst du ihn? Nee. Ja, der liegt, der liegt den, Bruder. Ja, und sogar zwei, Motherfuckers. Echt? Ja, Mann. Alter, Digga, Jungs, tut mir so leid, Digga. Nee, Alter, den hast du nicht mitgenommen, Alter. Der ist einfach hier gewesen, Alter. Das ist ein NPC-Mann, glaube ich. Digga, den einen hab ich mitgenommen, Digga. Deinen Kollegen hast du mitgenommen, mein Bruder, ja? Ja, ich bin so ein KD, Alter. Digga, super. Dankeschön, Dankeschön. Oh, das ist mein KD aus Wasser. Ja, wir tun rein, Bro, wir tun rein. Ist abgeschlossen, Digga. Hast du? Soll ich dir die Scheiße wieder einfach geben? Naja, pack mal, pack mal bei dir rein, Digga. Oh, okay, Alter. Oh, okay, Alter. Ja, Mann. Ja, Mann. Wie viel habt ihr? 7.500, Mann. Wie viel wollt ihr dafür? Ja, Mann. Ich hab' gehört. 600... Nein, Mann. 750, also für ein Burrito, Alter. Äh... 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 Warte, warte. Ja, ja, ja. Alter, mein Kopf ist gefickt, Digga. Ja, ja, ja. Wie viel habt ihr? Wie viel habt ihr? 7.500. 7.500, also... Ich geb' euch... 1,4. Jo, Mann, Alter, Mann. Äh... Was ist das für ein Verarscherpreis, Mann? Ich zieh' meine Hunde aus, fick mich noch in den Arsch, Mann. Bruder, hä? 1,4 Millionen, Digga? 1,8 und wir sind im Geschäft, Bruder. Boah, Harlan! Warum... Ja, Mann, 1,6. Bruder, na... Digga, hä? Jungs, guck mal, sie... Komm drauf, Alter, komm! 3... Digga, 3.500. Warte, warte, warte. Er hat gesagt, 3.500 sind 650k. Ja. Ja? Ja, hat er doch gerade gesagt. Ich hab' 750, Alter. Ich hab' 750 gesagt, Mann. Ja, doch, fick mich, Alter. 700. Ich zahl' 700 für ein Burrito, Jungs. Ja, Mann. Ich hab' doch 1,45. Wahnsinn, meine Geschäfte, Alter. Neu, Junge! Bro, wir haben doch 7,5.000, weißt du? Für diese 500... Gib einfach noch... Du weißt schon, Mann. Bro, wir haben Schulden, Alter, Mann. Wir müssen zahlen, Mann. Sonst können wir nach Marokko schwimmen, Alter. So. Ich nimm das mal raus, ja? Ja, Alter, aber bitte fick uns nicht. 7, 7, 5, 4... Du hast sowieso schon meinen Arschloch gefickt, Dich. Oder er hat mich gefickt, ich bin... Außersehen, Digger, außersehen, Digger. Dieser Huckel da vorne hat mich... Digger, Digger, steig mal aus meinem Caddy aus, Digger. Hast du Lack gesoffen, oder was? Hey, der ist abgeschlossen, Digger. Wie ist er hier hingekommen? Der... Der wurde, äh... Hier hinge... Ja, und traust du dich das doch einmal, Alter? Ich fick dich, du kleiner Bixer, Mann. Da ist doch gar keiner drin, Digger. Ja, wie ist das Auto denn hier hingekommen? Geflogen, oder was? Geflogen, oder was? So, Jungs. Äh... 7.500... Äh... Also 7.000, meine ich. Ähm... Sind... Ich geb euch... Ich geb euch... Wer kriegt das Geld? 81, Bruder. Ich, Alter. Macht der 11, 11, Bruder. Wer... Ich überweis einen, Digger. Teilt selber, Digger. 81, 81. Ey, komm mal, voller Geier, Digger. Hehehehe. Hehehehe. Nein, Mann, Alter. Wir sind Cousins, Mann. Wir sind ein Fleisch- und Blut-U-Penis, Alter. Ja, Alter. Wir sind gar nix, Mann. Yo. Jo, Alter. Das ist ja allgemeingefällig. Warte, das ist Spaß, Mann. Wir können damit nicht umgehen, Digger. 1,4? Ja, warte, 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 warte. 1,4 hast du bekommen, Digger. Äh... Also, das sind jetzt für die 7.000, ne? 500 und ein bisschen waren das. Wie viel? 554 waren das, ne? 550. 550. Und, äh... Sein ein Kriegst du geschenkt, Mann. Das ist ja durch... Ehre, Mann, Digger. 4... Warte, 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 warte mal... Äh... Ich fick euch, Digger. Hast du sowieso schon, Alter? Meine Arsch... Mein Arsch... Schnauze, guck mal. Ihr habt 1,5 gesagt. Ich hab auch korrekt gemacht, Digger, ihr Wichser. Digger, lass mich nicht umarm, Alter. Ich fick euch, Digger, ich fick euch. Lass mich nicht umarm, Alter. Ich fick euch, Digger. Was? Das ist hart, Alter. Ja, hier, hier, Digger. Wisst ihr, was ihr mit mir gemacht habt, Digger? Den hier, Digger. Ihr Wichser. Jaaa! Helle, Jungs, Digger. Ich küsse euer Herz, Digger. Ich küsse meine Augen, Mann. Ich küsse meine Augen, Mann. Ciao, Bruder. Haut rein, Mann. Warte, wir haben dickes Geld gemacht, Mann. Scheiße, du kleine Biss, gibt es die Hälfte davon, Alter. Du weißt nicht mal, wie viel er bekommen hat? Ja, Mann. Frag ich mal, wie viel er bekommen hat, Digger. Ich lass sie bekommen, Alter. Ich lass sie bekommen, Alter. 1,6, Mann. Boah, er ist ehrlich, er ist ehrlich, Ehren, Mann. Ich will dich helfen, Digger, Mann. Ja, Alter, du kriegst mindestens den Bruch, Alter, um meinen Penis, Alter, den kann zu lutschen. Ja, ja, Alter, wird sich frech, meine Fakke, Alter. Ja, verdammte Scheiße, Hände hoch, aber sofort, Mann. Ich knall dich gleich ab, Alter. Ja, das war ein Beispiel, das ist keine Bitch. Das war zwei Bandschüsse, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, was? Ey, Alter. Du hast mich abgetroffen, Alter. Keine Bitch, Mann. Okay, chill, okay, chill, okay, chill, okay. Ja, ho, Alter. Fäng auf in meinen Eins, Alter. Was? Was? Scheiße, Digger, ich muss los, Alter. Bist noch da, Max? Max? Äh, was geht ab, Digger? Ja, was soll ich machen, ja? Jetzt schießt auch nur zu Hause, Bro. Was Teller. Was schießt auch nur auf der schwollsten Arbeit? Warte. Warte. Gaunas, Digga. Chillt doch schon wieder zusammen, Digga. Sonst werdet ihr nicht beide reinkommen, Digga. Oder ja, oder ja. Digga, warte, Digga. Fahr mal wieder mit Blaulicht durch die Stadt, Digga. Auf, chill. Ah, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Boah, da kauft doch Neues, Digga. Bestellt sich jeden Scheiß auf Amazon, Digga. Wißt du, ob wir so in der Lage sein, Digga, die ein neues Blaulicht zu bestellen, Digga. Oh, naja. Hör mal auf, Digga. Tschö. Sagt das uns gleich wieder die ganze Zeit, Digga. Oh, naja. Gleich mit Rotlicht unterwegs. Tschüss. Tuga, ja, ja, RP, Digga. Oh, naja. Max Kenzie. Oh, naja. Los, Kids. Loot Drop anfangen, Digga. Mit den anderen, ne? Muss gleich kurz weg, Digga. Eine Viertelstunde ungefähr. Ja, Digga, ich auch gleich kurz 15 Minuten ab, Digga. Und danach bin ich wieder am Start. Ganz is so Kätz, Digga. Max, hörst du mich? Hey, yo, Marco, Mann. Ich hab' ne Frage, Mann. Was los, Bruder? Marco, ich hab' ne Frage, Mann. Ja, frag. Verkaufst du ne Langwaffe, Alter? Was willst du haben? ADV, Mann. Hm, was willst du geben? Das, was wir verdient haben gerade, Mann. Ah, nee, Bruder, harte Zeiten, Bro. Ja, Mann, wir können auch nen besseren Preis machen. Ähm. Die beiden wollten sich dieselbe Chai erklären, Digga. Jungs. Ich hab' dich verpisst. Das Ding... Ja, Digga, kein Wunder, guck' die Mann, Digga. Jo, was soll denn das heißen, Mann? Jo, Mann, Digga. Tschö, Mann. Ey, Jungmann, Alter. Was soll denn das für ne Scheiße sein, Alter? Nein, Jungs, ich darf euch leider... Nichts nicht, Alter. Jungs, ich darf euch nicht verkaufen, ey. Keine Fotze, Alter. Jo, wieso, Mann? Wir sind doch aber auch in der Fraktion, Mann. Ja. Fraktion zu Fraktion darf verkauft werden. Ihr seid noch Testphase, Jungs. Jo, Mann, ich steck dir dran, dann kam er zu, dann bist du leise. Digga, du kannst mir auch eine Million mehr zustecken, Digga. Ich riske doch nicht meinen Arsch. Jo, Mann. Ich riske meinen Arsch für jeden, Alter. Nee, Diggi. Der Junge steht da drauf, Digga. Beide. Ich merk das, Digga. Steck rein, Bro, steck rein. Ja. Ja. Nicht einsteigen, reinstecken, Digga. Jo, schönen Tag euch noch, ja? Ja, aber kein Problem, Digga. Pisst euch. Pisst euch. Jo, verfickt, Alter, Mann. Wie redest du, Alter? Pisst dich, Junge. Digga. Digga, wer sind wir? Platz, Bro. Ich hab von den beiden Ausweis bekommen. Was? Programmdachten, Digga. Digga, zu lustig, die Jungs. Ja, die sind wirklich krägt, Digga. Auf jeden, Digga. Ich hau kurz ab, Bill. Ich muss auch, Digga. Ich... Nee. Okay. Oh, hier.